Wir sind entweder sehr nach innen gewandt, oder sie zeigen sich gleich der ganzen Welt. Das ist doch kein Interview mehr. Das ist keine Manipulation. Du würdest einfach weiter leben, oder weiter durchdrehen. Vielleicht habe ich mir das alles ausgedacht, oder war das eine Szene aus einem Film, oder... Roaming? Roaming?